Oh, das Ei hast du gefunden, ne? Cool. Das ist doch Floyd zu Ostern. Nee, ach, schon wieder. Zeig das mal Papa. Was ist das denn so? Nee, der Hasen nicht. Ist das alles für dich? Kann man eben gerade wieder sehen? Hier reinstecken. Ach du liebes Bisschen. Hier müssen die Bibelentdecker auch mal gewesen sein, weil die meinten damals schon, dass eine große Dürre kommt. Und da rechts läuft sie. Das ist die große Dürre. Legt den Spitzen am Zahnstörer. Und das ist hier die Heidi Klum vom Bodensee. Hat einen schönen Rücken, kann er auch entzücken. Ah, da sehen wir die Heidi Klum in ihrer vollen Pracht. Heute keine Interviews. Keine Interviews heute. Ja, müsst euch anmelden. Kann ja nicht jeder kommen, ne? So, und hier haben wir den kleinen Pimpf. Das ist der Floyd. Hey Floyd. Floyd gibt wieder Gas. Und zack, weg ist er. Und plumpf war am Rhein. So, Städte Hopper Floyd ist heute wieder in welcher Stadt sind wir hier? Am Bodensee. Am Bodensee. Am Bodensee. Und wie heißt die Stadt, wo wir sind am Bodensee? Was fließt hier für ein Fluss? Stadtname Fluss? Fluss. Wie heißt der Fluss? Da ist der Rhein. Am Stein. Das ist der Rhein am Stein. Das ist der Rhein am Stein. Ne? Also ganz toll hier. Doch, ist der Stein am Rhein. Ne? Ok, wir schalten wieder zurück ins Studio. Tschüss. Hier gibt es noch was für Cornelia. Und Floyd? Ja. Schnullerbacke. Hier ist Schnullerbacke Floyd. Und, Grüße? Für wen? Wiebke und Marta. Wiebke und Marta. Wiebke und Marta. Jawoll. Von direkt hier aus der Schweiz nach Deutschland. Wiebke und Marta. Ja. Jawoll. Wiebke und Marta. 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 Ich will bis zum Fernsehen. Echt? Ich will bis zum Fernsehen. Ja! Untertitelung. BR 2018 Nein, jetzt nicht. Freud. Ja, es geht los, ich rinde, ne? Ja, es geht los. 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 Ja, es geht los.